Dann rufe ich auf die Tagesordnungspunkte 23 a und 23 b. Erste Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Entwurfs seines Gesetzes zur Änderung des Bundesändergeld- und Elternzeitgesetzes, sowie Beratung des Antrags der Fraktion der FDP mit dem Titel Elterngeld verlässt sich und realitätsnah neu gestalten, finanzielle Risiken für Eltern beseitigen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Bundesfamilienministerin Frau Giffey. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Guten Morgen! Ich freue mich, dass wir heute in erster Lesung das neue Elterngeldgesetz beraten können. und damit einer der bekanntesten und beliebtesten Familienleistungen in Deutschland noch einmal zu einer Verbesserung verhelfen. Rund zwei Millionen Familien nutzen das Elterngeld in Deutschland. Mit ihm stärken wir die wirtschaftliche Stabilität von Familien. Wir geben ihnen in den ersten Lebensmonaten ihres Kindes Sicherheit und vor allem Zeit. Zugleich trägt diese Leistung auch zu einem gesellschaftlichen Wandel bei. Das trägt sie seit über zehn Jahren. Denn immer mehr Eltern wollen sich die Erwerbsarbeit und die familiäre Sorgearbeit partnerschaftlicher aufteilen. Seit seiner Einführung im Jahr 2007 hat das Elterngeld dazu beigetragen, dass mehr Mütter und Väter diesen Wunsch auch tatsächlich in die Tat umgesetzt haben. Und heute nutzen rund 40 Prozent der Väter das Elterngeld mit steigender Tendenz. Und an diese Erfolge wollen wir anknüpfen und das Elterngeld noch besser aufstellen. Wir wollen für noch mehr Partnerschaftlichkeit und Flexibilität sorgen. Wir entlasten Eltern, deren Kinder zu früh geboren worden sind. Und wir vereinfachen die Abläufe und entlasten Eltern, Elterngeldstellen und Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, damit eben mehr Zeit für das Wichtigste bleibt, für die Kinder. Mehr Partnerschaftlichkeit, mehr Flexibilität mit dem Elterngeld Plus können Eltern doppelt so lange Elterngeld beziehen und parallel leichter wieder in den Beruf einsteigen. Den Partnerschaftsbonus erhalten sie zusätzlich, wenn sich beide für vier Monate vornehmen, parallel in Teilzeit zu arbeiten und somit gerechter Erwerbs- und Familienarbeit partnerschaftlich aufteilen. Manchmal aber durchkreuzt das Leben die Pläne, zum Beispiel, wenn ein Partner plötzlich schwer erkrankt oder wenn ein Betrieb auf einmal viel mehr arbeiten muss oder wenn eben Teilzeit nicht eingehalten werden kann, wie geplant. Und deshalb wollen wir künftig Eltern eben nicht mehr in eine Lage bringen, wo sie den Partnerschaftsbonus zurückzahlen müssen, sondern wo wir ihnen mehr Flexibilität geben, wenn die Pläne anders verlaufen müssen als ursprünglich gedacht. Wir erweitern den Stundenkorridor auf 24 bis 32 Stunden pro Woche, wo Teilzeit also gilt. Und das ermöglicht Eltern, Müttern und Vätern eine Viertagewoche zu machen und gleichzeitig eben den Partnerschaftsbonus beanspruchen zu können. Wir stellen sicher, dass dieser Partnerschaftsbonus nicht zurückgezahlt werden muss, wenn ein Partner aufgrund von Krankheit anders als geplant nicht arbeiten kann. Und Eltern können flexibel zwischen zwei und vier Monaten diesen Partnerschaftsbonus nehmen und sich auch später noch entscheiden, wenn etwas dazwischen kommt. Außerdem sorgen wir mit der Reform dafür, dass eben für Familien, die eine besonders schwierige Situation haben, wenn das Kind eben viel zu früh vor dem errechneten Geburtstermin kommt, Unterstützung bekommen. Wenn das Kind sechs Wochen oder mehr zu früh geboren wird, erhalten Eltern einen zusätzlichen Monat beim Elterngeld. Wir nennen diesen Monat den Frühchenmonat. Und damit wollen wir dafür sorgen, dass sich Eltern in Ruhe um ihr Kind kümmern können, dass ein Stück weit auch die Entwicklung, die ein Kind dann braucht, wenn es zu früh gekommen ist, auch nachgeholt und aufgeholt werden kann und dafür das Elterngeld gewährt wird. Wir vereinfachen die Dinge. Wir nehmen mit dieser Reform das Elterngeld auch im Hinblick auf Entbürokratisierung in den Blick. Und in Zukunft soll es deshalb eine Ausnahme sein, dass Eltern Nachweise über die Zahl der Arbeitsstunden einreichen müssen, wenn sie während des Elterngeldbezugs in Teilzeit gearbeitet haben. Wir schaffen die Möglichkeit für Eltern, auf Wunsch als Nichtselbstständige behandelt zu werden, wenn sie nur geringe Nebeneinkünfte aus selbstständiger Arbeit erzielt haben. Und damit stellen wir sicher, dass ihre tatsächliche Lebenssituation als Angestellte bei der Berechnung des Elterngeldes besser berücksichtigt wird. Das alles dient dazu, starke Familien in einem starken Land zu unterstützen und dazu, dass eben Frauen wie Männer Kinder haben können, sich um die Familie kümmern können, aber auch im Beruf erfolgreich sein können. Wir machen es Vätern und Müttern leichter, ihr Leben nach ihren Wünschen zu gestalten. Und das ist wichtig für eine moderne Gesellschaft und für ein zukunftsfähiges Land. Und mit dieser Politik, mit dieser Entscheidung heute, mit diesem Gesetz, geben wir Eltern das Signal, sie können sich auf uns verlassen, auf eine Familienpolitik, die ihre Bedürfnisse beachtet und ihnen zur Seite steht. Das ist gut für Deutschland. Und deshalb freue ich mich auf die Beratung, freue mich, dass wir das Gesetz jetzt endlich im parlamentarischen Verfahren haben und danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Johannes Huber, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Mitbürger, die meisten Eltern wünschen sich eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mehr Zeit für ihre Kinder, aber auch Zeit für den eigenen beruflichen Weg. Das Elterngeld wurde mit dem Ziel eingeführt, die wirtschaftliche Stabilität von Familien und Müttern zu stützen. Studien zeigen, dass dies für das erste Lebensjahr des Kindes erreicht wurde. Weil das Elterngeld vor allem für diejenigen Paare attraktiv ist, bei denen beide Elternteile berufstätig sind, bestehen also Anreize für die Familie und für den Beruf. Diese Grundidee begrüßen wir deshalb ausdrücklich. Es gibt aber erheblichen Diskussionsbedarf über den Partnerschaftsbonus. Dieser soll zwar durch den Gesetzentwurf der Bundesregierung mit einer größeren Flexibilität der Arbeitswochenstunden besser nutzbar gemacht werden, was im Gedankenmodell des Partnerschaftsbonus tatsächlich eine Verbesserung darstellt. Paare erhalten diesen aber nur, wenn sie beide ihre Arbeitszeiten anpassen und somit gleichermaßen in die Betreuung des Kindes eingebunden sind. Dies greift aus unserer Sicht in die elterliche Freiheit ein und subventioniert nur jene Eltern, die sich mit der starren und ideologischen Aufteilung anfreunden können. Daher ist der Partnerschaftsbonus von der Konstruktion her abzulehnen. Wir begrüßen zwar die Möglichkeit, wenn beide Elternteile sich die Zeit nehmen können, wollen dies jedoch nicht zur Voraussetzung machen. Aus diesem Grund wäre auch verwaltungstechnisch die einfachste und sauberste Lösung, das Elterngeld als solches zu verlängern, und zwar unabhängig von der partnerschaftlichen Aufteilung. Das zieht nämlich den Staat aus diesem höchstpersönlichen Lebensbereich zurück, schafft wahre Entscheidungsfreiheit und wäre vor allem im Interesse des Kindes. Eltern von Frühchen, die mindestens sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt kommen, sollen nach der Bundesregierung jetzt künftig pauschal einen Monat länger Anspruch auf Basiselterngeld beziehungsweise auf zwei weitere Monate Elterngeld Plus erhalten. Wir von der AfD könnten uns sogar vorstellen, hier noch einen Monat zusätzlich zu erweitern, um der besonderen Belastung Rechnung zu tragen und einen erfolgreichen Start in das Leben zu unterstützen. Um die finanzielle Belastung im Rahmen des Elterngeldbezugs generell abzumildern, ist dringend ein größerer Wurf als der von der Bundesregierung geboten, nämlich aus unserer Sicht sogar eine Erhöhung des Elterngeldes bis hin zum skandinavischen Vorbild. Höhere Lebenshaltungskosten durch die ideologisch verursachte Verknappung des Wohnraums sowie steigende Preise für Energie und Güter des täglichen Bedarfs machen das nämlich notwendig, damit sich Eltern die gemeinsame Zeit mit den Kindern schlicht leisten können. Wenn es ihnen wirklich um Gleichberechtigungen ginge, würden sie damit gut ausgebildeten Frauen erst die Familiengründung ermöglichen, also derjenigen Gruppe, bei der die sogenannte Fertilitätslücke zwischen Kinderwunsch und Kinderzahl am größten ausfällt. Diese leistungsbereite Gruppe wollen wir von der AfD familienpolitisch ganz besonders fördern. Der Bundestag hat zuletzt grundlegend festgehalten, dass das ehrenamtliche Engagement von Bürgern unseres Staates große Anerkennung verdient. Eine ehrenamtliche Tätigkeit führt aber dazu, dass man weniger Elterngeld erhält, als wenn man ausschließlich einen Beruf als Angestellter ausüben würde. Daher hat bereits der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages der Bundesregierung mitgegeben, Entschädigungen aus Ehrenämtern bei Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz nicht mehr als selbstständige Einkünfte bei der Berechnung des Elterngeldes heranzuziehen. Wir haben jetzt einige Vorschläge auf den Tisch gelegt. Liebe Frau Giffey, machen Sie was aus unseren Vorschlägen. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nadine Schön, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Zeit für Familie. Das ist das, worum es uns geht. Worum es uns auch heute geht, wenn wir wieder einmal die beliebte Familienleistung, das Elterngeld und die Elternzeit flexibilisieren und anpassen. Das Elterngeld und die Elternzeit ist ein Teil unseres Gesamtkonzeptes, unser Gesamtkonzept für Familien, was besteht daraus, dass wir zum einen die familienpolitischen Leistungen, die finanziellen politischen Leistungen erhöhen, in dieser Legislaturperiode ganz besonders stark, was zum Zweiten daraus besteht, dass wir hochwertige Betreuungsangebote schaffen wollen, flexibel und den Wünschen der Eltern angemessen, und zum Dritten dadurch, dass wir mithelfen, eine familienbewusste Arbeitswelt zu schaffen, gemeinsam mit den Unternehmerinnen und Unternehmern und unseren staatlichen Leistungen, wie etwa eben auch diesem Elterngeld, die Kombination aus Berufstätigkeit und Familie, Kinderbetreuung und Erziehung zu vereinfachen. Mit dem heutigen Gesetz packen wir etwas an, was ganz oft geäußert wurde in Gesprächen mit jungen Eltern. Wir machen es möglich, dass man die Partnermonate noch flexibler wählen kann als bisher. Und wir passen den Stundenkorridor, den wir bisher schon hatten, der bisher zwischen 25 und 30 Stunden lag, so an, dass er einfach besser zur Arbeitswelt passt. Denn viele Beschäftigte haben nach wie vor eine Acht-Stunden-Woche, und dann macht es viel mehr Sinn, einen Stundenkorridor von 24 bis 32 Stunden zu wählen, als einen von 25 bis 30 Stunden. Und ja, auch für das wichtige Thema Frühchen haben wir uns etwas vorgenommen. Das werden wir im gesetzgeberischen Verfahren noch mal genau anschauen. Wir finden es wichtig, dass die Zeit, die Paare für das Kind oder die Zeit, die die Babys nicht haben, weil sie früher geboren worden sind, dass sie später dann auch zur Verfügung steht für das Kind und um eben auch die Entwicklung eines zu früh geborenen Kindes bestmöglich zu begleiten. Das sind wichtige Punkte, die wir hier mit auf den Weg bringen, Punkte, die immer wieder auch in den Gesprächen von den Eltern angesprochen worden sind. Und das reiht sich eben gut ein in die Politik, die wir in dieser Legislaturperiode zum Schwerpunkt machen. Ich will nur noch mal daran erinnern, wir haben das Kindergeld erhöht, wir haben den Kinderfreibetrag erhöht, wir haben den Alleinerziehenden Freibetrag erhöht. Wir haben das Baukindergeld eingeführt, was wir jetzt noch mal flexibilisieren, sodass es bis März noch beschieden werden kann. Wir haben außerdem das Gute-Kita-Gesetz eingeführt, 5,5 Milliarden Euro um Länder und Kommunen bei der Qualität ihrer Kinderbetreuung zu unterstützen. Und wir haben noch mal zusätzlich draufgesattelt beim Ausbau der Kita-Betreuung. Und jetzt haben wir aktuell gerade ein Vorhaben noch in der Planung, das ist nämlich die Nachmittagsbetreuung an den Grundschulen. Das hakt noch in den Gesprächen zwischen Bund und Ländern. Das will ich nicht verhehlen. Und wir wollen, dass alle... Bitte? Achso, Entschuldigung. Wir wollen, dass alle Kommunen es leisten können, diese Nachmittagsbetreuung für ihre Kinder darzustellen. Wir legen als Bund 3,5 Milliarden Euro auf den Tisch. Wir haben gesagt, wir steigen sogar ein in die Betriebskosten. Und wir flexibilisieren diesen Einstieg in den Restanspruch für die Nachmittagsbetreuung. So viel Angebot für einen Bereich, für den originär wirklich nur die Kommunen und die Länder zuständig sind. Ich verstehe nicht, warum die Länder hier nicht einschlagen. Das ist die letzte Chance, diese Gelegenheit zu nutzen. 3,5 Milliarden, das ist wirklich eine Ansage. Und mit diesem Geld, was wir auf den Tisch legen, mit der Flexibilisierung unserer familienpolitischen Leistungen, wollen wir Eltern unterstützen, gerade auch jetzt in diesen schweren Zeiten. Und dann wird ja oft gesagt, na ja, in der Krise, da haben es die Eltern besonders schwer. Und das stimmt. Wir tun aber auch vieles, um die Eltern durch diese Krise gut durchzubekommen. Wir sagen zum einen, es soll keiner finanzielle Nachteile haben bei diesen familienpolitischen Leistungen, wie etwa dem Elterngeld, dadurch, dass er jetzt Kurzarbeit bezieht. Das haben wir bereits im Sommer beschlossen. Und das führen wir weiter fort. Wir haben zum Zweiten den Notfallkits eingebracht. Der Notfallkinderzuschlag, der dazu dient, dass Familien, die ein ganz kleines Einkommen haben, pro Kind noch mal zusätzliche finanzielle Mittel beantragen können, dadurch auch Bildungs- und Teilhabekit beantragen können. Und deshalb eine große finanzielle Entlastung bekommen, gerade für die Familien, die arbeiten, aber ein kleines Einkommen haben. Und diese Politik wollen wir fortsetzen. Uns ist es wichtig, dass wir bestmöglich versuchen, die Familien durch diese Krise zu bekommen. Und dass wir gleichzeitig die Vereinbarkeit von Familie und Beruf jetzt und auch in den nächsten Jahren zu verbessern, damit die Familien ihren Alltag so gestalten können, wie sie das am besten finden. Wir wollen keine Vorgaben machen. Wir wollen Wahlfreiheit. Wir wollen Flexibilität. Und wir wollen vor allem, dass jeder Familie, auch den Alleinerziehenden, die bestmögliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingt. Das ist unsere Politik. In dieser Legislaturperiode haben wir einen besonderen Schwerpunkt darauf gesetzt. Und wir stehen dafür, dass wir diese Politik auch fortsetzen. Vielen Dank. Applaus Nächster Redner ist der Kollege Gregorios Akkulidis, FDP. Applaus Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Endlich muss man sagen, 2018 hatte schon Frau Barley Änderungen beim Elterngeld versprochen, bei dieser guten und sehr wichtigen Leistung für Eltern und Kinder. Dreimal haben Sie den Entwurf verschoben. Und fast drei Jahre später ist leider auch klar, der große Wurf ist es nicht. Der Gesetzentwurf ist leider nur ein halbherziges Update für das Elterngeld, denn es bleiben zahlreiche Ungerechtigkeiten und Konstruktionsfehler. Eltern werden weiterhin Monate auf die Auszahlung warten, weil sie die Chancen der Digitalisierung zu wenig nutzen. Eine wirkliche Modernisierung für eine freie Aufteilung von Sorge und Erwerbsarbeit schaffen sie nicht. Und es bleiben für viele Familien leider große finanzielle Risiken. Im Detail, gerade bei den finanziellen Risiken und gerade in der jetzigen Situation, lassen Sie bei der Berechnung des Elterngeldes vor der Geburt, also für den Zeitraum vor der Geburt, das Kranken- und Insolvenzgeld aus. Das bedeutet, dass Familien, die unverschuldet in diese Situation kommen, nicht nur im Worst Case den Job los sind, sondern dann auch noch beim Elterngeld massive Einbußen nehmen. Wir fordern Sie auf, berücksichtigen Sie endlich Insolvenz und Krankengeld bei der Berechnung des Elterngeldes, damit Familien nicht die finanzielle Basis entzogen werden und sie finanzielle Sicherheit in so einer schweren Zeit auch haben. Die Regelung bei den Frühgeboten haben Sie angesprochen. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum Sie unsere Vorschläge nicht aufnehmen. Sie schaffen eine starre Vier-Wochen-Regel für all die Kinder, die sechs Wochen oder länger zu früh geboren worden sind. Das bedeutet, bei Kindern, die fünf Wochen und sechs Tage zu früh geboren sind, gibt es nicht einen einzigen Tag länger Elterngeld. Genauso bei Familien, wo die Kinder vielleicht sogar im Extremfall acht Wochen oder früher geschaffen worden sind. Auch da bleibt es bei den vier Wochen. Wir fordern Sie auf. Schaffen Sie hier eine Familien- und vor allem eine kinder- und elternfreundliche Lösung. Sehen Sie zu, dass Sie sich orientieren an der Differenz zwischen dem tatsächlichen Geburtstermin und dem errechneten Geburtstermin. Das würde Sicherheit schaffen. Und beim Thema Digitalisierung. Ja, Sie schaffen tatsächlich eine Bearbeitung und nicht die Bearbeitung, aber die Beantragung digital. Nutzen Sie doch bitte die Chancen, weil Familien monatelang auf das Elterngeld teilweise warten. Digitalisieren Sie den ganzen Prozess, vor allem die Berechnung des Elterngeldes, damit Eltern nicht monatelang darauf warten müssen. Und vor allem geben Sie den Kommunen die Möglichkeit, solange sie das nicht geschafft haben, mit Teil- oder Abschlagszahlungen den Eltern zu unterstützen. Das wäre eine wirklich gute Hilfe für die Eltern. Und zu den Pflegefamilien möchte ich auch was sagen. Für uns sind Pflegefamilien auch Familien, die einen wichtigen Beitrag gerade für die Kinder leisten, die es besonders schwer haben. Dennoch werden diese Familien schlechter gestellt. Wir fordern Sie auf. Weiten Sie den Anspruch auf Elterngeld, auch auf Pflegeeltern aus. Dabei ist das Elterngeld auf den Elterngeldanspruch anzurechnen, das Pflegegeld, pardon. Und ich komme zu einem ganz wichtigen Punkt für uns Liberale, nämlich tatsächlich die freie Wahl, die selbstständige Wahl in der Aufteilung zwischen Erwerbs- und Sorgearbeit. Immer wieder ist zu hören, dass Sie das ja ernst nehmen wollen. Vatermonate sollen dabei helfen, aber das tun Sie leider nicht so sehr, wie es sein sollte. Denn aktuell ist der finanzielle Anreiz gegeben, dass derjenige Partner oder diejenige Partnerin, die das niedrigere Einkommen hat, auf die entsprechende Arbeitszeit sozusagen verzichtet, um den Einkommensverlust eben für die Familie möglichst gering zu halten. Mein Kollege Christian Dürr hat Ihnen schon eine besonders gute Idee dazu gebracht, die wir natürlich unterstützen und genauso fordern. Die Entscheidung, wer das Elterngeld bezieht, muss unabhängig sein von den unterschiedlichen Einkommenshöhen. Und deswegen schaffen Sie analog zum Ehegattensplitting bitte auch ein Elterngeldsplitting. Damit wäre das gesamte Haushaltseinkommen maßgeblich für die Berechnung des Elterngeldes und nicht das jeweils einzelne Einkommen des Partners. Damit würden Sie tatsächlich den Familien, den Müttern und den Vätern die wirklich freie Wahl überlassen, wie sie sich das aufteilen. Das wäre eine gute Lösung. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Machen Sie mit unserer Unterstützung aus dem Elterngeld tatsächlich eine richtige Erfolgsgeschichte, ein richtig gutes Elterngeld. Wir freuen uns auf die Beratung im Ausschuss und auf die Anhörung und würden uns wünschen, wenn Sie im Interesse der Familien unseren Forderungen nachkommen. Danke. Katrin Werner, Die Linke, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrte Frau Ministerin! Ja, wir diskutieren gegen einen Gesetzentwurf zur Änderung des Elterngelds. Der Bezug von Elterngeld soll flexibler werden. Es soll bessere Möglichkeiten zur Teilzeitarbeit geben. Es wird etwas einfacher, den Partnerschaftsbonus zu erhalten. Und für Frühgeburten soll es einen Monat mehr Elterngeld geben. Das sind kleine Schritte in die richtige Richtung. Aber ehrlich gesagt, das kann man eigentlich nicht Reform nennen, sondern es ist wieder mal ein kleines Reformchen. Frau Giffey, dringende Probleme wären eben nicht angegangen. Was ist mit der besseren Unterstützung von Familien mit geringem oder gar keinem Einkommen? Wo sind die mutigen Maßnahmen, die eine partnerschaftliche Aufteilung von Vorsorge-, also Sorge- und Erwerbsarbeit fördern? Wir finden, das fehlt in Ihrem Gesetz. 2007 wurde das Elterngeld eingeführt. Es ermöglicht Eltern, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, um eine finanzielle Unterstützung zu erhalten. Auch Eltern, die kein oder nur ein geringes Einkommen haben, bekommen Elterngeld. Für sie gibt es den Mindestbeitrag von 300 beziehungsweise 150 Euro beim Elterngeld Plus. Doch der Mindestbeitrag wird auf Hartz IV angerechnet. Die Familien, die es also damit am dringendsten benötigen, werden wieder ausgeschlossen. Und da sagen wir einfach, das darf nicht sein. Solange es keine Kindergrundsicherung gibt, muss die Anrechnung des Elterngeld-Mindestbetrags auf Hartz IV abgeschafft werden. Dann wissen Sie, ein weiterer Punkt, den Sie in Ihrem Gesetzesentwurf weitgehend ausblenden, ist die Partnerschaftlichkeit. Es ist gut, dass immer mehr Väter Eltern Zeit in Anspruch nehmen. Doch wenn man mal genau hinschaut, sieht man, Frauen beziehen durchschnittlich 14,3 Monate und Männer nur 3,7 Monate Elterngeld. Gehen Sie das Projekt an, damit das Elterngeld eben mehr zu einer partnerschaftlichen Aufteilung von Haus-, Sorge- und Erziehungsarbeit beiträgt. Ganz konkret die Frage, warum zahlen Sie nicht jedem Elternteil zwölf Monate Basiselterngeld, wenn Sie zu Hause bleiben? Für Alleinerziehende muss es dann einen Anspruch von 24 Monate geben. Selbst die Bundesregierung sagt, seit der Einführung des Elterngeldes sind die Verbraucherpreise um 17,5 Prozent gestiegen. Doch der Mindestbeitrag ist nicht erhöht worden. Damit werden Familien mit geringem und ohne Einkommen weiter diskriminiert. Allein um die Inflation auszugleichen, müsste der Mindestbetrag um 50 Euro beim Elterngeld und 25 Euro beim Elterngeld Plus angehoben werden. Wo bleibt die automatische Anpassung an den Verbraucherpreisindex? Wir haben das bereits im letzten Jahr hier vorgeschlagen, und nichts ist passiert. Dabei wäre es dringend notwendig, denn es betrifft viele Eltern. Insbesondere Mütter beziehen beim Elterngeld oft nur den Mindestbetrag, und das betrifft jede vierte Mutter. Wissen Sie noch mal kurz zurück, 2007, seit 13 Jahren ist der Mindestbeitrag nicht erhöht worden. Ich möchte abschließend einfach sagen, passend zur jetzigen Jahreszeit. 2007 wurde das Lied, und wenn nicht jetzt, wann dann? Der Kölner Karnevals- bzw. Musikgruppe Die Höhner zum offiziellen Zuhang der Handball-WM. Wir finden, das ist die passende Motivation für die weiteren Beratungen. Ulla Schau, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Junge Eltern befinden sich in der Rushhour des Lebens. In kaum einer Lebensphase verdichten sich die Anforderungen an Menschen so sehr wie in der ersten Phase der Familiengründung. Darum ist es wichtig, hier den Druck aus den Familien zu nehmen, im Interesse der Eltern, im Interesse der Kinder und im Interesse eines Landes, das sich familienfreundlich nennen will. Familien in ihrer ganzen Vielfalt brauchen einen Schonraum in der turbulenten Phase nach der Geburt ohne finanzielle Sorgen mit Zeit für einen guten Start in das gemeinsame Leben. Mit dem Elterngeld und dem Elterngeld Plus wurde der Grundstein für Schonraum geschaffen. Aber gleichzeitig steht fest, Familien brauchen mehr Zeit füreinander. Das zweite Gesetz zur Änderung des Bundeselterngeldes und Elternzeitgesetzes wird den tatsächlichen Bedürfnissen von Eltern nicht gerecht. Die meisten Eltern nutzen Elterngeld und Elterngeld Plus doch im ersten Lebensjahr eines Kindes. Selbst bei einem sofortigen Kitaplatz ist der Anspruch auf Elterngeld schnell aufgebraucht. Am Ende ist noch viel Kindheit und wenig Geld übrig. Größere Kinder brauchen phasenweise mehr Zeit und Aufmerksamkeit beim Schul- oder Kitawechsel zu Beginn der Pubertät oder zum Beispiel auch bei einer Trennung. Dann sollte eine finanzielle Abfederung von Arbeitszeitreduzierung möglich sein. Das wäre ein echter Beitrag für Familienfreundlichkeit. Frau Ministerin, mehr Zeit für Familie ist in Ihrem Gesetzentwurf allerdings nicht drin. Nur ein Extramonat für Eltern von Frühgeborenen. Das ist gut. Aber warum pauschal nur ein Monat? Was ist, wenn ein Kind drei Monate zu früh kommt? Hier haben Sie sich leider nur für eine Minimalverbesserung entschieden, und das ist zu wenig. Wir als Grüne Bundestagsfraktion setzen uns dafür ein, dass Eltern besonders zu Beginn mehr Zeit mit ihren Kindern haben, dass Familie gelebt und nicht nur gemanagt werden kann und vor allem, dass Sorge, Verantwortung partnerschaftlich geteilt wird, wie sich dies die meisten Eltern wünschen. Dafür reicht kein Partnerschaftsbonus, selbst wenn dieser nun flexibel und attraktiv gestaltet werden soll. Klar ist, dafür braucht es eine Ausweitung der Partnermonate, für jeden Elternteil einen eigenen Anspruch. Hier bleibt Ihre Reform mutlos, meine Damen und Herren. Mit einer umfassenden Weiterentwicklung und mehr Partnermonaten hätten Sie die Möglichkeit gehabt, die Weichen für mehr Gleichberechtigung in der Familienarbeit zu stellen. Diese Chance wurde zu unserem Bedauern sehr vertan. Wir brauchen jetzt eine partnerschaftliche Aufteilung, und wir brauchen auch eine Kehrrevolution. Das führt uns mehr, als wir wollen, auch die aktuelle Coronasituation schmerzhaft vor Augen. Gerade hier bei uns in Deutschland werden Frauen und Männer mit der Geburt des ersten Kindes oft zurückgeworfen in traditionelle Rollenmuster. In Zahlen heißt es noch mal, Frauen leisten jeden Tag 90 Minuten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer verdienen, tun sie im Durchschnitt immer noch 21 Prozent weniger. Wenn wir eine gleichberechtigte Gesellschaft mit der Chance auf eine partnerschaftliche Aufteilung von Männern und Frauen bei der unbezahlten Familien- und Hausarbeit wollen, müssen wir Optionen eröffnen, dass Väter sich von Anfang an mit Zeit und Sorge für Kinder einbringen können. Zwar gab es seit Einführung des Elterngeldes deutliche Fortschritte beim Elterngeld der Väter. Aber noch immer nehmen die meisten Väter nur zwei Partnermonate, und über 60 Prozent der Väter beziehen überhaupt kein Elterngeld. Das ist kein Fortschritt weder für Frauen noch für Männer. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nach wie vor wird wieder betont, alle Entscheidungen seien doch nur eine Privatsache der Familie. Nein, so einfach ist das nicht. Die Wünsche der Eltern machen doch mehr als deutlich, dass sich viele Eltern und viele Väter vor allen Dingen sich mehr einbringen wollen und Frauen das auch von Vätern erwarten. Darum, liebe Kolleginnen, sollten wir sie mit deutlichen Anreizen unterstützen. Leider sind von der Koalition hier nur sehr zaghafte Möglichkeiten eingebracht worden. Die Gleichberechtigung von jungen Familien wird so nicht gefördert. Übrigens, ich erinnere daran, Ursula von der Leyen hat als Familienministerin 2007 bei der Einführung des Elterngeldes deutlich mehr Mut bewiesen. Sie hat zu Anfang vier Partnermonate am Stück eingeführt. Das haben Sie als Union damals verhindert. Das hätte vielen, vor allem dem Engagement von Vätern, deutlich gut getan. Wir als grüne Bundestagsfraktion schlagen die Weiterentwicklung des Elterngeldes eine Kinderzeit Plus vor. Diese umfasst 24 statt 14 Monate, und sie setzt die Partnermonate dabei auf mindestens acht Monate. Das eröffnet viel mehr Möglichkeiten für beide Eltern, für die Familienarbeit Arbeitszeit zu reduzieren und damit mit einer Lohnersatzleistung unterstützt zu werden. Eltern können diese 24 Monate aufteilen und sogar bis zum 14. Lebensjahr eines Kindes flexibel nutzen. Das wollen wir sehr adäquat natürlich für Alleinerziehende auch unterstützen mit entsprechenden Leistungen. Das ist nämlich die flexible Unterstützung, die Familien brauchen. Sie brauchen eine moderne Zeitpolitik. Auf unseren grünen Vorschlag erhalten wir sehr positives Echo. Wir erkennen an, was Eltern leisten. Denn beim Großwerden von Kindern Kinder zu sehen, zu begleiten, das ist eben kein reines Privatvergnügen, sondern eine immense gesellschaftliche Leistung. Meine Damen und Herren, wir mussten lange auf die Elterngeldreform warten. Wir hätten uns deutlich mehr gewünscht, dass sie so mutlos bei der Weiterentwicklung dieses guten Instruments, bei der Regelung für mehr Geschlechtergerechtigkeit gewesen sind. Das bedauern wir sehr. Für viele moderne Eltern ist das enttäuschend. Deswegen brauchen wir hier Beratungen, Nachbesserungen. Wir sagen bedauerlich, dass es nur so weit gekommen ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner ist der Kollege Stefan Schwarz, der SPD. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Wenn etwas richtig gut läuft, dann sagt man bei mir zu Hause in Ostwestfalen, da kannst du nichts von sagen. Genauso ist das mit dem Elterngeld. Da kannst du nichts von sagen. Das Elterngeld ist eines der am besten funktionierenden Instrumente der Familienpolitik, das zwei Ziele verfolgt. Die Unterstützung junger Familien und gleichzeitig die Förderung von partnerschaftlicher Aufteilung von Familien und Arbeitszeit. Bei mir im Kreis Herford war von circa 3 000 bewilligten Anträgen im vergangenen Jahr etwa ein Drittel von Männern. Damit liegen wir zwar besser als der Durchschnitt von einem Viertel in ganz NRW, aber da ist noch reichlich Luft nach oben. Seit seiner Einführung 2007 hat das Gesetz immer wieder Anpassungen erfahren. Denn mit unserer Familienpolitik nehmen wir veränderte gesellschaftliche Realitäten auf. Junge Familien wollen heute die Familien- und Erwerbsarbeit partnerschaftlich teilen. Sie wollen mehr Zeit mit der Familie verbringen. Genau deshalb soll die Teilzeitmöglichkeit weiter flexibilisiert werden. So wird man künftig bis zu 32 Stunden während des Bezugs von Elterngeld arbeiten dürfen. Das ist praxisnah, denn so wird eine Viertagewoche möglich. Gleiches gilt für den Partnerschaftsbonus. Den bekommen Eltern, wenn sie gleichzeitig in Teilzeit gehen. Hier ist klar geworden, dass der bisherige Korridor 25 bis 30 Stunden praxisfern war. 25 Stunden sind zu viel für eine Dreitagewoche und 30 Stunden sind zu wenig für eine Viertagewoche. Deswegen wird auch hier der Korridor erweitert. Gleichzeitig entbürokratisieren wir. Eltern, die während des Elterngeldbezugs Teilzeit arbeiten, werden nur noch ausnahmsweise nachträglich ihre Arbeitszeit belegen müssen. Außerdem sollen Eltern mit geringen selbstständigen Nebeneinkünften, also unter 35 Euro im Monat, für die Bemessung des Elterngeldes künftig wie ausschließlich Nicht-Selbstständige behandelt werden, sofern sie das wollen. Für die Höhe ihres Elterngeldes kommt es dann wie bei allen Nicht-Selbstständigen auf die zwölf Monate vor der Geburt des Kindes an. Das hilft Zehntausende. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Eltern, deren Kind besonders früh zur Welt kommt, stehen vor enormen Herausforderungen. Deshalb benötigen sie besondere Unterstützung. Deswegen sollen künftig Eltern, deren Kind sechs Wochen vor Termin geboren wurde, einen zusätzlichen Monat Elterngeld bekommen. Sprechen Sie mit Eltern. Sprechen Sie mit Hebammen. Ich sage Ihnen, das ist dringend erforderlich. Übrigens, Hebammen sind eine Berufsgruppe, die in dieser Coronazeit viel zu wenig Aufmerksamkeit genießt und auch sonst viel zu wenig Respekt bekommt und auch viel zu wenig für ihre Leistungen, die unverzichtbar sind, bezahlt werden. Familienpolitik hat die Aufgabe, sich ständig den neuen Lebensrealitäten anzupassen. Das nehmen wir mehr als ernst. Wir haben das Elterngeld in der letzten Wahlperiode reformiert und das Elterngeld Plus und den Partnerschaftsbonus eingeführt. Wir haben sehr kurzfristig die Auswirkungen der Coronakrise auf das Elterngeld abgefedert. Und jetzt wollen wir weitere Verbesserungen angehen. Für ein Elterngeld, bei dem die Eltern auch weiter der Meinung sind, da kannst du nichts von sagen. Dankeschön. Applaus Martin Reichert, AfD, ist der nächste Redner. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Mein Kollege Huber hat ja schon auf die Probleme beim Elterngeld hingewiesen. Es ist dazu hier auch heute schon viel Richtiges gesagt worden. Wir erkennen alle große Würfe für Eltern und Kinder dürfen wir von der SPD und dem Familienministerium nicht erwarten. Und darum können wir den Blick auch etwas weiten. Mit Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen lässt die SPD fleißige Menschen zu Bittstellern werden und um ihre nackte Existenz kämpfen. Die SPD sieht tatenlos zu, wenn Restaurants, Hotels und Innenstädte veröden. Die SPD sieht tatenlos zu, wenn fleißige Menschen zu Bittstellern werden und so leider Gottes ihrer persönlichen Würde beraubt werden. Sie lassen Ihre ehemalige Stammwählerschaft am langen Arm verhungern. Und wir müssen das leider diesmal durchaus wörtlich nehmen. Sie sind unsozial, unsolidarisch und demokratiefeindlich. Ihre Familienministerin glänzt in diesen schweren Zeiten mit Untätigkeit, jedenfalls, wenn es um Familie und Senioren geht. Ein Schlag ins Gesicht für isolierte Senioren und notleidende Familien ist es, wenn Sie sich, Frau Giffey, in der aktuellen Krise, die hier überall beschworen wird, als Covergirl für die lächerliche Kampagne ich bin, eine Quotenfrau zur Verfügung stellen. Zusammen mit egozentrischen Quoten im Manzen dokumentieren Sie, was Ihnen in dieser Krise wirklich wichtig ist, während Teile unserer Bevölkerung unter den Corona-Maßnahmen große Not leiden. Alte Menschen, die nicht mehr leben wollen, weil sie isoliert werden. Kinder, die die Lebensfreude verlieren. 3,3 Millionen Menschen in Kurzarbeit. Das ist Ihnen alles egal, und das muss hier heute gesagt werden. Hauptsache, die Quote stimmt. Das ist das, was hier leider auch bei der Rede von den Grünen wieder zum Ausdruck gekommen ist. Bereits im April haben wir gefordert, dass zur Unterstützung von Senioren ein freiwilliges Dienstprogramm aufgelegt werden soll. Das hätte dieser Risikogruppe geholfen. Sie weigern sich, diese Hilfe, die Sie 2015 Flüchtlingen zugebilligt haben, unseren Senioren zu gewähren. Wir fordern auch für Familien einen Ausgleich bei krisenbedingten Mietschulden. Das wurde ebenfalls abgelehnt, obwohl die Mietschulden zu Wohnungskündigungen und damit zur Obdachlosigkeit von Familien führen. Das Einzige, was die SPD in dieser Krise tut, ist Panik verbreiten und mündige Bürger diffamieren. Sie spalten unsere Gesellschaft in Regierungstreue und Covidioten. Die Regierungskritiker, die Sie Covidioten nennen, für die ist Ihre Antwort Wasserwerfer, Marsch und Knüppel aus dem Sack. Das muss an dieser Stelle ganz eindeutig betont werden. Das ist eine Schande für die deutsche Demokratie. Die SPD ist leider verkommen zum verlängerten Arm von Herrn Söder und zur Marionette der wahren Covidioten, um ihren Panik, Dr. Lauterbach. Aber wir als AfD, und das bedone ich hier zum Schluss, wir sind der verlängerte Arm der notleidenden Familien in diesem Parlament. Wir sind die einzige Stimme für Freiheit und Demokratie in diesem Hause. Vielen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Maik Bermatt, CDU. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu der Rede vom Kollegen Schwarze von der SPD kann man sagen, da kann es nichts von sagen. Zu der Rede vom Kollegen Reichert eben gerade kann man nur sagen, da sollte man was zu sagen, weil das wieder eher eine Kabaretteinlage war oder eine Rede aus einer anderen Parallelwelt, aber bestimmt keine Rede zum Thema, über das wir uns heute Morgen unterhalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben von diesem Pult aus hier in diesem Jahr oft über Familien und Kinder gesprochen. Das war und ist angesichts der coronabedingten Ausnahmesituation auch absolut richtig. Ich finde es auch richtig klasse, dass in der Primetime sozusagen des Parlaments heute Morgen um 9 Uhr eben auch eine familienpolitische Debatte stattfindet, die auch noch zum Elterngeld. Warum? Weil wir hier eben das Elterngeld auch klar verbessern und positive Veränderungen für die Eltern herbeiführen. Ich würde mich freuen, wenn wir eben auch solche Familiendebatten, solche gesellschaftspolitischen Debatten eben auch durchaus öfter zu einer solchen Uhrzeit hier im Parlament diskutieren können. Im Dezember 2019 haben wir schon mal über dieses Thema gesprochen und da habe ich auch von diesem Pult aus in Richtung der Bundesregierung gesagt, ich würde mich freuen, wenn zeitnah eben doch ein Gesetzentwurf vorgelegt wird. Und da zeitnah verstehe ich persönlich etwas anderes. Jetzt sind wir ein Jahr später dran, aber besser spät als nie, aber das noch mal kurz am Rande. Das Elterngeld, das Elterngeld ist schon richtig gut, aber mit diesem Gesetzentwurf, der heute vorliegt, machen wir es noch besser. Aber das Bessermachen beginnt ab heute, weil ab heute beginnt das parlamentarische Verfahren. Ab heute werden wir uns über diesen Gesetzentwurf unterhalten und aus der Opposition aus allen Reihen bis aus der einen Reihe hier von rechts gab es auch gute und auch interessante Vorschläge, die diskussionsfähig und diskussionswürdig sind und den werden wir uns auch annehmen. Und wir werden ja auch zu diesem Gesetz auch noch eine Anhörung haben. Auch da wird man uns den einen oder anderen Hinweis geben und wir werden diese Dinge berücksichtigen. Warum? Weil uns genau dieses Thema wichtig ist. Und 2007, als das Elterngeld eingeführt wurde, das war eine Sternstunde, weil wir mit dieser Einführung nämlich die familienpolitische Leistung überhaupt ins Leben gerufen haben. Mittlerweile kann man eben sagen, dass man mit 4 Milliarden Euro damals im Jahre 2007 gestartet ist als Haushaltsansatz. Mittlerweile sind wir bei 7,3 Milliarden Euro angekommen. 7,3 Milliarden Euro. Das ist schon wirklich eine Hausnummer. Und es werden noch mehr werden. Warum? Weil beispielsweise eben im letzten Jahr 1,9 Millionen Mütter und Väter das Elterngeld genutzt haben. Und ich bin mir sicher, 2020 werden es noch mal wieder mehr Eltern sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss aber auch noch mal erwähnen das, was der Kollege Huber von der AfD gesagt hat. Die AfD möchte den Partnerschaftsbonus abschaffen. So steht es in deren Antrag. Und die AfD hat aber gar nicht verstanden, warum wir den Partnerschaftsbonus eigentlich eingeführt haben. Nämlich, weil es mittlerweile tatsächlich so ist, dass nicht nur Mütter etwas von ihren Kindern haben wollen, von ihren Kindern haben wollen und bei der Erziehung mitwirken wollen, sondern eben auch die Väter. Oh Wunder! Stellen Sie sich das mal vor, liebe Kollegen der AfD. Die Väter wollen auch was von ihren Kindern haben. Und wir verpflichten, wir verpflichten Eltern in Klammern Väter überhaupt gar nicht den Partnerschaftsbonus in Anspruch zu nehmen, sondern wir schaffen die Möglichkeit, dieses zu tun. Und es gibt doch eigentlich nichts Besseres. Von daher ist das, was Sie mit dem Partnerschaftsbonus verbinden, total falsch. Wir schaffen die Möglichkeit, dass Väter dieselbe Möglichkeit haben wie auch Mütter. Und das ist doch eigentlich was Schönes und auch was Gutes. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem vorgelegten Gesetzentwurf vereinfachen wir und flexibilisieren wir also weiter. Wir nehmen die Wünsche der Eltern ernst. Und darauf kommt es an. Wir wollen einen zusätzlichen Elterngeldmonat beziehungsweise zwei Elterngeldplusmonate für Eltern mit Frühchen. Wir heben die zulässigen Teilzeitumfänge von 30 auf 32 Wochenstunden an. Herr Kollege Bermann, der Kollege Huber von der AfD würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ja, dann mal zu. Ja, ist doch egal. Vielen Dank. Ich nehme zur Kenntnis, dass die SPD zugibt. Kollege Reichert hatte recht. Herr Bermann ist demokratischer als Sie und lässt die Frage zu. Vielen Dank dafür. Ich möchte Sie nämlich fragen. Sie haben behauptet, dass wir den Partnerschaftsbonus komplett abschaffen wollen. Das ist natürlich nicht so richtig. Das steht auch in keinem Antrag. Ich habe aber gesagt, und da möchte ich Sie fragen, ob Sie das wirklich so teilen, dass der Partnerschaftsbonus, wie er heute konstruiert ist, eine starre und demnach auch ideologische Komponente beinhaltet, dass nämlich gleichermaßen zu gleichen Anteilen Väter und Mütter praktisch diesen Partnerschaftsbonus eingehen müssen. Sind Sie wirklich der Meinung, dass alleine dieses Modell der starren Gleichmacherei das richtige Modell dafür ist? Oder sollen wir das nicht auch flexibilisieren? Herr Kollege Huber, wissen Sie, man kann sich eben auch immer über gewisse Nuancen oder Details unterhalten. Aber entscheidend ist doch vielmehr, dass wir den Wünschen, die an uns Politiker herangetragen werden, umsetzen. Und ich persönlich finde den Partnerschaftsbonus, dadurch, dass wir ihn ja jetzt wieder mit dem Gesetzentwurf weiter flexibilisieren, erstens schon gar nicht ideologisch und schon gar nicht starr, sondern wir schaffen eine Möglichkeit oder bieten ein Angebot an junge Eltern, diese Möglichkeit zu nutzen. Und es zeigt ja auch, dass der Partnerschaftsbonus auch immer größere Beliebtheit bekommt, weil immer mehr Väter eben auch diese Möglichkeit nutzen. Von daher, glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Und ich entschuldige mich, wenn ich mich da falsch geäußert habe. Aber Sie haben gesagt, der Partnerschaftsbonus gehört abgeschafft. Dann meinten Sie sicherlich, der Partnerschaftsbonus in dieser Form, wie er aktuell besteht, gehört abgeschafft. Dann korrigiere ich das sehr gerne. Das ist der Fairness geboten. Aber wie gesagt, der Partnerschaftsbonus ist etwas, wo wir eine Möglichkeit schaffen für junge Eltern. Und wir verbessern ihn diesmal weiter. Deswegen ist nichts ideologisch geprägt und schon gar nicht starr. Außerdem verschlanken und verbessern wir eben auch die Eltern. Bei manchen wäre es wahrscheinlich wirklich nicht schlecht, aber das wollen wir uns natürlich nicht zumuten. Also nochmal, außerdem verschlanken wir. Zum Beispiel verbessern wir die Situation von Eltern mit geringen, selbstständigen Nebeneinkünften, indem wir ein neues Antragsrecht einführen und sie bis zu einem bestimmten Betrag wie Nicht-Selbstständige bei der Elterngeldbemessung behandeln. Das heißt, das Problem mit den sogenannten Mischeinkünften gehen wir an. Wir wollen, dass Eltern, die eben auch einen geringen Teil selbstständige oder Einkünfte aus selbstständiger Arbeit haben, nicht beim Elterngeld benachteiligen. Ich denke, das ist auch ein guter Punkt, den wir hier umsetzen. Und wie schon erwähnt, wir werden in den Verhandlungen, die jetzt beginnen, im parlamentarischen Verfahren, sicherlich auch noch das eine oder andere beim Gesetzentwurf verändern. Was wären wir denn für ein Parlament, wenn wir die Entwürfe, die die Bundesregierung hier ins Hohe Haus einbringt, einfach so lassen würden und nicht mehr unsere eigenen Gedanken und schon gar nicht die von sachverständigen Experten mit berücksichtigen würden? Darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, freue ich mich auf das parlamentarische Verfahren, auf die nächsten Wochen und Gespräche. Ich freue mich auf die Anhörung und ich bin mir sicher, dass wir dann in der zweiten und dritten Lesung ein anderes Gesetz verabschieden werden, als das, was hier heute eingebracht wird. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächste Rednerin ist die Kollegin Nicole Bauer, FDP. Sehr geehrter Herr Präsident! Werte Frau Ministerin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Elterngeld ist eine Erfolgsstory, bekannt, beliebt und das schon seit 13 Jahren. Und umso mehr braucht es aber auch ein Update. Deshalb ist es gut und wichtig, dass wir hier und heute an dieser Stelle darüber sprechen. Die konkreten Verbesserungsvorschläge der FDP-Fraktion zum Elterngeld hat Ihnen Kollege Agelidis bereits vorgestellt. Ich möchte nun noch die Vision von der modernen Familienpolitik der Zukunft vorstellen und ein Bild davon aufzeigen, wie wir Freie Demokraten uns vorstellen, Familie und Beruf, Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen. Kinder sind ein gemeinsames Projekt. Deshalb ist es auch fair, die Verantwortung entsprechend teilen zu können. Dafür brauchen die Familien aber Freiheiten, nach der jeweiligen Lebenssituation auch entscheiden zu können. Entscheiden zu können, ob eine Frau Vollzeit arbeitet und Kinder hat, ob ein Mann Teilzeit arbeitet und sich um seine Kinder kümmert, ob sie Vollzeitmutter ist und den Haushalt macht oder eben Karriere macht und ob er Hausmann ist und ihr den Rücken frei hält. Alles okay, wenn echte Entscheidungsoptionen die Grundlage zur individuellen, dem besten Weg tatsächlich stattfindet. Aktuell bezweifle ich das aber, dass diese Wahlfreiheit für Familien vorliegt. Es ist leider noch keine Selbstverständlichkeit, dass Ereignisse wie die Geburt des Kindes zum Leben dazugehören. Immer noch zeigen Studien auf, wie Mütter und Väter auf unterschiedlichste Weise diskriminiert werden im Arbeitsmarkt. Männer fürchten um Nachteile im Job, wenn sie mehr als zwei Monate Elternzeit nehmen. Frauen hingegen müssen Nachteile erwarten, wenn sie nur zwei Monate oder länger Elternzeit nehmen. Das ist nicht in Ordnung und das muss auch bei uns in den Köpfen ankommen. Dies gilt übrigens auch, wenn es darum geht, um familienbedingte Auszeiten für Führungskräfte wie beispielsweise Vorstandsmitglieder. Auch für sie muss es möglich sein, im begründeten Falle sechs Monate Auszeit nehmen zu können für die Geburt, für die Kinder oder verpflegende Angehörige. Wir haben dazu vor einigen Monaten einen Antrag eingereicht, hier im Deutschen Bundestag. Umso mehr freut es mich, zu verkünden zu können, dass gestern die Justizminister der Länder die Stay-on-Board-Initiative mit einem Beschluss unterstützen. Herzlichen Glückwunsch und herzlichen Dank an dieser Stelle an Verena Pauster und ihre Mitstreiter bei der Initiative Stay-on-Board. Doch jetzt heißt es tatsächlich umsetzen, und zwar noch in dieser Legislaturperiode, meine Kolleginnen und Kollegen. Denn es geht um ein Undenken, es geht um einen Kulturwandel hin zu mehr Familienfreundlichkeit. Davon profitieren Mütter und Väter, Familien und Unternehmen. Das ist eine echte Win-win-Situation. Dafür machen wir uns als FDP, als Fortschrittspartei stark und laden all diejenigen ein, die dabei mitmachen wollen. Herzlichen Dank. Sabine Zimmermann, Die Linke, ist die nächste Rednerin. Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Eltern sein ist anspruchsvoll, und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Sie möchten für Ihre Kinder da sein, aber auch keinen beruflichen Nachteile erleiden. Und Sie wünschen sich auch eine partnerschaftliche Aufteilung der Sorgearbeit. All das fordert ausreichende und flexible Betreuungsangebote sowie finanzielle Planungssicherheit mithilfe des Elterngeldes. Familien verdienen unsere bestmögliche Unterstützung. Das, meine Damen und Herren, ist der Maßstab für eine gute Familienpolitik. Leider ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung eine kleine. In manchen Punkten sogar eine kleinliche Lösung. Das ist nicht die lang erwartete große Elterngeldreform, so angekündigt gewesen von der Bundesregierung, sondern für Eltern eine große Enttäuschung. Und da müssen Sie noch ganz sehr viel nachbessern. Von der Flexibilität, die Sie in der Begründung beschwören, ist bei den konkreten Regelungen jedenfalls wenig zu erkennen. Zum Beispiel, Sie begrenzen den Bezug des Elterngeldes Plus auf die ersten 32 Lebensmonate, schränken also die Gestaltungsfreiheit der Eltern sogar noch ein. Auch der Korridor der Wochenarbeitszeit beim Partnerschaftsbonus bleibt eng, was auch besonders für Alleinerziehende schwierig ist. Vor allem aber schwebt den Eltern weiterhin das Damoklesschwert der Rückzahlung über dem Kopf. Es braucht ja nicht viel, damit man die Grenzen des Stundenkorridors über- oder unterschreitet. Zum Beispiel durch Kurzarbeit, betrieblich angeordnete Mehrarbeit, eigene Krankheit und Krankheit des Kindes. Wir alle wissen, wie leicht das passieren kann. Und hier fordern wir dringend Nachbesserung. Wer gegen die Grenzen verstößt, verliert nun zwar nicht mehr den Anspruch auf ein Elterngeld Plus für die Folgezeit, wird aber auch künftig das bezogene Elterngeld wieder zurückzahlen müssen. Das ist für berufstätige Eltern eine Zumutung. Und das muss dringend geändert werden, meine Damen und Herren. Die Rückzahlung trifft vor allem Eltern mit geringem Einkommen am härtesten. Diese Eltern lassen sie auch sonst im Stich. Wer Mindestelterngeld bezieht, hat seit 2007 jedes Jahr weniger Kaufkraft im Portemonnaie, weil sie den Beitrag nicht angehoben haben. Meine Kollegin Werner hat dazu schon einiges gesagt. Auf Hartz IV wird es auch noch angerechnet. Familien in Hartz-IV-Familien gehen bei Familienleistungen regelmäßig leer aus. Familienleistungen dürfen doch nicht angerechnet werden auf Hartz IV. Das müssen sie doch endlich ändern. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Die Realeinkommen sind bei den Geringverdienenden in den letzten 30 Jahren kaum gewachsen. Bei den Ärmsten sind sie sogar geschrumpft. Und da das Elterngeld lohnabhängig ist, fällt es dadurch auch niedriger aus. Sorgen Sie endlich für gute Arbeitsverhältnisse. Fangen Sie beim Mindestlohn an. Je höher die Löhne, desto mehr können sich nämlich die Familien beim Elterngeld leisten. Und das kurbelt sogar die Wirtschaft an. Dankeschön. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Siegel-Launert, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank! Vielen Dank! Nicht jeder und jede in diesem Land muss das wollen. Das wird es nicht. Und ich freue mich, wenn die FDP das Thema Wahlfreiheit für sich entdeckt. Genau dafür stehen wir schon die ganze Zeit. Aber für die, die diese gleichberechtigte Teilhabe wollen, und es sind immer mehr, müssen wir Angebote schaffen. Und da gehen wir einen wichtigen Schritt. Ein ganzes Bündel von Maßnahmen, zum einen Höchstarbeitszeitgrenze von 30 auf 32 Wochenstunden bei der Dauer des Elterngeldbezugs ist eine gute, richtige Maßnahme. Viele sagen, ich will es lieber strecken über eine längere Zeit und ich mache eine Vier-Stunden-Woche. Das schaffe ich. Mein Mann kann eine Vier-Stunden-Woche machen oder Partner. Ich habe noch die Großeltern. Wir sind flexibel und können es so gestalten. Der Partnerschaftsbonus soll flexibilisiert werden, auch da der Stundenkorridor zu Recht von 24 auf 32 Wochenstunden verlängert. Auch flexibler, auch keine Rückzahlung, wenn es dann doch nicht so klappt. Ganz wichtig ist dieser Aspekt der Flexibilisierung. Es wurde heute schon mehrfach angesprochen. Auch bei den Frühchen natürlich richtig. Das Kind hat natürlich einen Entwicklungsstand, der ein bisschen zurück ist. Also ist es auch fair, den Eltern ein bisschen mehr Zeit zu geben, einen Monat. Der Gedanke ist bestechen, zu sagen, da machen wir doch bei jedem Tag, wo das Kind früher geboren ist, kriegt es da eine längere. Nur irgendwo müssen wir ja auch mal ein bisschen die Praktikabilität im Auge blicken. Ganz viele Kinder kommen zwei Tage, fünf Tage, zwölf Tage, 17 Tage und so weiter. Irgendwo müssen wir mal eine Grenze setzen. Und ich denke, es ist praktikabel und das ist der Hintergrund und berechenbar, mit gewissen fixen Zeiten zu arbeiten. Auch die Selbstständigen ist es angesprochen, dass bei denen, die nur geringfügige Selbstständige Nebeneinkünfte haben, dass die nicht mehr als Selbstständige behandelt werden. Das ist absolut richtig. Also ein Bündel von Maßnahmen und wie wichtig dieses Elterngeld uns ist, zeigt nicht nur wieder die Reform und das permanente Nachbessern. Basierend auf diesen Bürgergesprächen, die wir ja haben, sind diese Nachbesserungen erfolgt, sondern das zeigt auch der Gesamtrahmen im Familienetat. Wir haben hier 7,3 Milliarden. Der Familienetat läuft sich auf 12,2 Milliarden. Das ist die größte gesetzliche Leistung, die wir im Familienetat haben. Und das zeigt, wie wichtig uns das ist. Der CSU ist es auch ein Anliegen, dass wir die Väter insofern noch mehr einbinden. Und wir würden uns auch freuen, wenn wir noch mal zwei extra Monate für die Väter mitgeben. Ich glaube, es ist kein Schaden, allerdings auch ein Angebot, keine Verpflichtung. Ich muss noch ganz kurz was zur AfD sagen, die sich hier feiert als die einzig wahre Familienpartei, die nur in der Coronakrise leider die Stimmung in mancher Eltern missbraucht, die natürlich belastet sind und sagt, wir machen doch Durchseuchung. Die Älteren sollen sich alle schützen und kriegen eine Maske und dann ist alles gut. Kein Wort über die Risikogruppe der Schwangeren. So wichtig sind Ihnen. In unserer Nachbarschaft ist ein Schwangere ohne Vorerkrankung gestorben, bis man gemerkt hat, dass die Schwangeren eine Risikogruppe sind. So wichtig sind Ihnen die Familien. Mit keinem einzigen Wort haben Sie sie hier erwähnt und gesagt, wie Sie diese schützen wollen. Oder sollen die alle auch zu Hause eingesperrt werden? Ich bitte alle Familien, fallen Sie nicht auf die falschen Personen rein. Vielen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Sönke Rix, SPD. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Zunächst einmal ganz herzlichen Dank an Frau Giffey und an die gesamte Bundesregierung für diesen Gesetzentwurf. Ganz herzlichen Dank an die Union, weil wir mit diesem Gesetzentwurf schon ein Stück weiter sind als das, was wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Aber Frau Launert hat auch gerade richtigerweise gesagt, die Entwicklung, die gesellschaftlichen Entwicklungen haben sich ja nun mal auch verändert. Wir hätten als SPD damals bei den Koalitionsverhandlungen gerne noch einen Schritt weitergegangen und hätten den Schritt von einem Elterngeld zu einem richtigen Familienarbeitszeitmodell entwickeln können. Das können wir immer noch machen. Sind wir immer noch dazu bereit? Da würden wir wirklich den Familien besonders entgegenkommen, wenn wir sagen, ja, mit einer richtigen Familienarbeitszeit, da helfen wir und unterstützen wir Eltern, die Arbeit und Familie unter einen Hut bekommen können. Ich lade dazu herzlich ein, darüber weiter zu diskutieren. Nun haben wir einen Gesetzentwurf, der vorliegt mit einer Flexibilisierung der Partnerschaftsmonate, mit einer Verbesserung für die Eltern von Frühgeborenen und einer Verbesserung von Eltern, die neben ihrer Haupttätigkeit noch eine nebenberufliche selbstständige Tätigkeit haben. Es ist eine Verbesserung des Ist-Zustandes, den der Entwurf jetzt darstellt. Deshalb ist es auch eine Verbesserung für Beschäftigte mit Familien. Das ist Linie der SPD. Wir haben immer genau die Beschäftigten mit Familien im Blick und wollen genau deren Leben verbessern. Dieser Gesetzentwurf verbessert das Leben von Familien, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber er bettet sich auch ein in der aktuellen Zeit, in dieser Krisenzeit, bettet er sich ein in viele Maßnahmen, die wir auch auf den Weg gebracht haben. Wir haben zum Beispiel das Elterngeld auch jetzt in der Krisenzeit noch einmal angepasst, weil es war nicht kompatibel mit dem, was wir jetzt an zahlreichen Kurzarbeitregelungen für Eltern noch haben. Wir haben aber auch die Lohnvorzahlung für Familien fortgesetzt, wenn ihre Kinder nicht in die Betreuung gehen können. Wir haben den Kinderzuschlag in Krisenzeiten verbessert. Und deshalb passt es sich vollkommen in diese aktuelle Situation auch ein. Aber ich sage auch, für das parlamentarische Verfahren müssen wir durchaus auch noch mal gucken, nicht nur die konstruktiven Vorschläge von fast allen Oppositionsfraktionen noch einmal mit zu diskutieren, sondern auch das, was vielleicht an eigenen Vorstellungen in den Koalitionsfraktionen noch da ist. Sondern wir müssen auch noch gucken, wie wir zum Beispiel die Krisenzeit, was wir aus der Krisenzeit gelernt haben, jetzt auch insgesamt ins Elterngeldgesetz einbauen können, damit wir nicht immer für Sondersituationen in Krisenzeiten dastehen. Das, glaube ich, wäre auch eine vernünftige Maßnahme, wenn wir diese Anpassung vornehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, von daher sage ich an dieser Stelle, ich bin sehr froh, dass wir im Gegensatz zu gestern, finde ich, eine sehr ruhige, sachliche und konstruktive Debatte geführt haben. Und ich finde auch gut, dass die Vorschläge, die aus der Oppositionsfraktion sind, ja auch Dinge, die insgesamt auch diskutiert werden, auch ins parlamentarische Verfahren mit aufgenommen werden können. Ich finde es auch richtig und gut, dass wir das, was wir jetzt hier als guten Vorschlag auch haben, weiterentwickeln können. Dafür ist ein parlamentarisches Verfahren da. Deshalb freue ich mich auf die weiteren Auseinandersetzungen und die konstruktiven Beratungen dazu. Vielen Dank. Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Markus Weinberg, CDU und CSU. Vielen Dank, Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Kollege Sönke-Rix, Sie sind ja alte Männer, hätte ich fast gesagt. Nein, aber erfahrene Abgeordnete, man sieht es uns nicht an, aber wir haben ja in den letzten 13 Jahren viele Debatten hier geführt über das Elterngeld. Und da wurde auch schon sehr ideologisch diskutiert. Man kann doch heute sagen, deutlich ist geworden, das Elterngeld ist ein Erfolgsmodell. Es hat eine hohe Akzeptanz bei den Familien, bei den Eltern und selbst die Abgeordneten, die kritischen Abgeordneten müssen konstatieren, das war eine richtig gute Entscheidung und wir diskutieren darüber heute, wie wir es noch weiter verbessern können. Denn insoweit ist das Elterngeld unser großes Erfolgsmodell. Und deswegen, Frau Bauer, auch wenn Sie jetzt den Kulturwandel einläuten wollen, hallo, guten Morgen, Sie kommen 13 Jahre zu spät. Ich habe 2007 aber den Kulturwandel eingeläutet, in dem wir gesagt haben, Familien müssen anders denken und wir müssen Familien mitnehmen, entideologisiert, sondern das, was für die Familien wichtig ist, ihre Wünsche, die müssen wir in der Politik wahrnehmen. Und so weit kommt da ihr Kulturwandel etwas spät. Und auch, Entschuldigung, der Kollege aus Melmark, der möge dann auch irgendwann in der Realität des Lebens ankommen, da sind wir gerne dabei, auch den Weg zu weisen. Denn, und das ist das Entscheidende beim Elterngeld, es ist ein Modell, was sich verändert und was sich anpasst. Als wir damals vor 13 Jahren darüber diskutiert haben... Herr Kollege Weinberg, die Kollegin Bauer möchte gerne eine Zwischenfrage stellen. Das war aufsichtlich. So, da habe ich schon mal zwei Minuten drin. Ja, sehr geehrter Herr Weinberg, Sie haben ja meine Rede gelauscht und haben ja mitbekommen, dass sich das Elterngeld und die Elternzeit in seiner Gänze ja auch und das Einführen vor 13 Jahren auch gelobt habe. Nichtsdestotrotz können Sie mir recht geben, dass an der einen oder anderen Stelle, was wir auch heute diskutieren, Verbesserungsbedarf herrscht und dass der Kulturwandel hin zu mehr Familienfreundlichkeit noch nicht in allen Unternehmen deutschlandweit, weltweit abgeschlossen ist. Es gibt tolle Unternehmen, aber eben noch nicht überall. Herzlichen Dank. Bitte schön, Sie, ich wollte gerne noch antworten. Ach so, danke. Natürlich habe ich, wie immer, Ihre Rede gelauscht mit großer Freude. Und Sie haben gerade noch mal bestätigt, dass die Maßnahmen der Großen Koalition mit Blick auf das Elterngeld ja die richtigen waren. Insoweit vielen Dank für die nachträgliche Bestätigung. Und ich kann Ihren Aspekt teilen, auch sehr konkret. Als ich vor vielen Jahrzehnten, vor vielen Jahrzehnten als Student mal in einem Unternehmen gearbeitet habe, gejobbt habe damals während des Studiums, da gab es einen leitenden Mitarbeiter, der hat sich doch erdreistet, damals die Erziehungszeit in Anspruch zu nehmen. Und die Botschaft war, dieser Mitarbeiter wird in diesem Unternehmen keine Karriere machen. Wer sich um die Kinder kümmert als Mann, der ist falsch am Platz. Und dieser Kulturwandel, den haben wir in den letzten Jahren hinbekommen, dass es normal sein muss, dass Männer auch sich um die Kinder kümmern. Und dass es normal ist, dass Frauen Karriere machen, das muss unser Ziel sein, weil das ist das, was die Menschen in diesem Land, und da bin ich bei Ihnen, und da arbeiten wir gerne zusammen, auch wollen. Und das ist auch dieser Kulturwandel, der sagt, dass mittlerweile die Eltern mehr und mehr möchten, dass es eine gute Ganztagsbetreuung gibt. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Der Kulturwandel heißt dann auch, dass viele Berufstätigkeiten und Familienzeiten besser zusammenbringen wollen. Und für uns heißt es, dass wir das nicht zu bewerten haben. Das ist ein gutes Modell des Familienlebens, oder das ist ein weniger gutes Modell. Sondern alle Modelle sind den Eltern überlassen und den Familien überlassen. Und wenn sich eine Familie entscheidet, dass ein Elternteil, die Mutter, zu Hause bleibt und sich um die Erziehung der Kinder kümmert, dann ist das gut. Und unser Auftrag, dieses zu unterstützen. Wenn aber auch Familien sagen, da möchte die Mutter so schnell wie möglich wieder arbeiten, dann ist es für uns auch das richtige Modell. Und wir müssen als Staat, als nicht übergriffiger Staat, Unterstützungsangebote leisten. Und das Elterngeld ist ja exemplarisch ein Beispiel dafür, wie man das machen kann. Und das ist seit mittlerweile 13 Jahren auch die Erfolgsgeschichte. Weil, und das will ich noch einmal kurz sagen, dahinter steht ein Grundgedankengang, wie Familien leben und wie sie in Zukunft leben wollen. Und das ist dieses Dreieck, über das wir viel diskutiert haben, Kollege Ricks, damals schon vor 13 Jahren. Nämlich finanzielle Sicherheit. Das Thema einer guten Infrastruktur. Heute haben wir finanzielle Sicherheit. Letzte Woche hatten wir die Infrastruktur. Und das Dritte, was immer wichtiger wird, und das hat Nadine schön angesprochen, Zeit. Zeit für Familien. Zeit zu entscheiden, wie verbringe ich meine Familienzeit gemeinsam. Und das ist das Dreieck, was wir auch heute weiterentwickeln. Und 82 Prozent der Eltern sagen, dieses Elterngeld ist wichtig, zur Stabilisierung der finanziellen Situation. Das heißt, diese sechs, mittlerweile sieben Milliarden Euro, kommen gut an, weil sie genau dieses erste wichtige Jahr nach der Geburt den Eltern auch Unterstützung gewährleisten. Und dass man dann, Frau Bauer, beim Kulturwandel auch sehr dicke Bretter bohren muss, das ist ja klar. Kollege Bermann hat es angesprochen. Mittlerweile 34 Prozent derjenigen, die Elterngeld beziehen, sind Männer. 34 Prozent. Das waren mal zwei Prozent, als wir anfingen. Und auf den Weg, glaube ich, gehen wir auch mit dieser Veränderung, die wir jetzt beschließen wollen und die wir noch diskutieren wollen, auch einen weiteren Weg. Denn das sind die drei entscheidenden Punkte. Da haben wir auch Herausforderungen, Probleme, Defizite, will ich nicht sagen, erkannt. Erstens das Modell oder die Fragestellung Frühchen. Da bin ich bei den Kollegen der FDP. Da reden wir auch noch mal drüber. Aber es ist natürlich so, dass die Eltern, die ein Frühchen haben, einer besonderen Herausforderung unterliegen, weil einfach entwicklungspsychologisch das eine besondere Geschichte ist. Und da muss man dann auch sagen, da müssen wir auch als Politik sagen, wie können wir das auch mildern, indem wir sagen, das Elterngeld wird angepasst. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich das Thema der sogenannten Schlechterstellung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die geringfügige Nebeneinkünfte haben. Hier muss der Grundsatz gelten, dass diese Schlechterstellung aufgehoben wird. Und das Dritte ist dann die Erweiterung dieses Korridors, weil auch das eine veränderte Wahrnehmung ist, Stichwort auf 32 Stunden zu gehen, hier mehr Flexibilität, den Eltern auch anzubieten. Und wir haben es ja auch mit Blick auf die Finanzierung gut hinbekommen. Insoweit war es eine sehr spannende Debatte und eine gute Debatte. Ich freue mich jetzt auch auf die Ausschussberatung, denn, und das sei auch der Opposition zugesichert, wir werden sehr intensiv und sehr genau prüfen, welche Vorschläge wir auch in den parlamentarischen Beratungen dann umsetzen können. Wenn Sie uns auch noch sagen, mit Blick auf die Finanzierung, wie das eine oder andere auch aussieht, machen wir das gerne. Und zum Schluss dann noch das Zitat von Gustav Heinemann. Wer nichts verändern will, wird auch das verlieren, was er bewahren möchte. Und das machen wir beim Elterngeld zum wiederholten Male. Und deswegen wird es, glaube ich, eine gute Debatte werden. Und ich freue mich dann auf die zweite und dritte Lesung. Und dann, glaube ich, haben wir einen nächsten guten Schritt mit Blick auf Ihren Kulturwandel und unseren Kulturwandel hinbekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.